Heyo, wir sind wieder back und wir gehen zum Fluss mit Scharf-S. Ja. Ja. Und ja, wir wollen nämlich eine neue Strecke freischalten und wir haben jetzt einen Räucherball und damit können wir die Leute ausräuchern und nicht nur die Leute, sondern auch die Pokémon. Genau. Also in erster Linie sollen wir damit die Pokémon ausräuchern, das hat Professor Eich so gesagt. Als ob ich nicht treffe, ey. Quapsel! Achso, du musst sie ja mit direkt treffen, damit das funktioniert, oder was? Ein bisschen. Ich muss sie halt verscheuchen, damit sie rauskommen. Hier, guck, jetzt Cover. Denn das ist auch Rentschmann ein vernünftiges Hote von den Boys. Richtig. Warte, ich werde nochmal von... Wobei, jetzt ist gerade eigentlich nicht so wichtig, dass ich gute Bilder schieße, sondern wir müssen eigentlich nur am Ende hinkommen. Ich mach das hier. Ich rüchte dich aus. Okay, alles gut. Voll unfair. So. Jetzt habe ich versehentlich ein Bild gemacht, was ich nicht wollte. Das ist okay. Oh, hübsches Quapsel. Oh, das ist nice. Oh, das ist ein sehr gutes. Das ist wirklich nice geworden. Danke, danke. Oh, hier. So, hier. Er da, den kannst du damit ausräuchern. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich brauche was anderes dafür. Okay. Dann brauche ich das dritte und letzte Item dafür. Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was du brauchst, um das Relaxo aufzuwecken. Hey, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Lamos. So. Süße. Alles klar. Okay, dann machen wir mal so. Nee. Ein bisschen weiter vor. Vielleicht kannst du ja damit die Safcons abwerfen, damit sie sich abseilen. Genau, das muss ich auch machen. Oh, keiner quappselt. Okay. Okay. Komm her. Komm her. Es muss treffen. Oh, das sind hübsche Bilder. Verpiss dich. Das brauche ich dich nicht mehr. Ah, das sind hübsche Bilder. Und jetzt haue ab, ich brauche dich nicht mehr. Anton. Anton. Du hast ihn umgebracht. Ich habe ihn wirklich umgebracht. Oh, hä? Da ist er. Nee, das ist ein anderer. Das ist eine Lüge. Ja, warte. Das muss ich das hier machen. Der Pixelmann. Süß. Wie er sich freut, dass ich ihn verscheucht habe. Oh. Ein Austaus. Einfach so. Heftig. Einfach so. Aus dem Nichts erschienen. Oh. Yes. Jetzt können wir hier so. Oh. Ich liebe seinen Gesichtsausdruck. Ich glaube, wir haben hier bisher noch nicht angesprochen, dass er eigentlich Todd heißt. Alter, guck. Nein, er heißt nicht so. Er ist Timmy. Ja, er ist eigentlich Timmy. Ich frag mich, was Timmy gerade gedacht hat, als das Ding jetzt geradeaus darunter gefallen ist, den Wasserfall. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass es unten drunter düsen hat. Das ist glänzend. Das mag ich. Ja. Alle anderen sind halt nicht so gut. Aber ja. Dieser. Äh. Joa. Das ist süß. Ich mag das. Ja. Mal gucken, ob es besser ist. So. Muschers. Wir haben genug Muschers. Und diesmal sogar etwas mehr. Ich hab das Gefühl, das ist gut, ja. Ja. Ein Amus. Äh. Das da eigentlich, oder? Ich nehm das, ja. Das ist mittig. Das hübsch. Ja. Äh. Ja, okay. Da haben wir kein so besonders hübsches Bild. Das vielleicht? Ja, ich hör mal was. Es ist halt da. So. Das ist das perfekte Savcon-Bild. Wunderbar. Da hätte man noch eins im Hintergrund sein müssen. Aber dann wär's. So ist auch schon gut. So, Porygon. Alter, Porygon sieht man halt. Ist heftig getarnt. Man sieht das irgendwie nicht. Das ist schon krass. Ich wusste nicht, dass ich Porygon so tarnen kann. Ich auch nicht. Das weiß ich auch eigentlich erst seit diesem Spiel hier. Oh, guck. Oh, das ist richtig gut geworden. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Perfekt. So. Okay. Ja. Wie, Eich. Herr Eich, ich sag's dir. Bisasam. Alter. Wieso ist das Bild... Oh, das... Das ist besser? Okay. Alles klar. Okay, verstehe ich nicht. Aber ist egal. Du warst nah dran. Ja, das ist doch... Quapse wird einfach nicht... Erkennen den Unterschied in diesem... LOL. Okay. Ich wusste nicht, dass wir zweimal das gleiche Bild gemacht haben. Ja. Na ja, das andere war ein bisschen verbessert. Ja, okay. Das andere ist besser. Ja, wenn er deine Pose gemacht hat. Ja, genau. Okay. Flaggy. Ja, okay. Finde ich gut. Finde ich gut, dass das andere besser ist. Ja, okay. Slavcon ist auf jeden Fall besser. Das ist aber echt wenig. Wunderbar. Für das gute Bild. Ja, da hätten noch welche im Hintergrund gefehlt. Ja, wahrscheinlich. Dann wäre es nochmal besser gewesen. Echt, das ist besser? Okay. Ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung. So. Ah, ja. Der Porygon ist halt, ne? Wunderbar. Wunderbar. Dankeschön. Und Austauswählen. Wunderbar. Ja, okay. Nice. Ist okay. Vielen Dank. Warte. Warte. Jetzt haben wir 32 Arten. Warte, Timmy. Willkommen zurück. Ja. Timmy. Du hast, äh, Timmy, du hast deine Anzeigen gefunden. Meine Forschung nach Fritzi. Zu einer neuen Strecke. Es ist alles vorbereitet. Du kannst dich schon genug erkunden. Jo, geil. Jetzt gehen wir zur neuen Strecke. Weil die mag ich mitunter am liebsten, glaube ich. Okay. Ja, ja, doch. Ich mag, weißt du, Höhle. Yeah. Ja, hast du die verdient. Ja, aber wo ist der Unterschied zwischen einem Tunnel und einer Höhle? Nun ja. Ein Tunnel ist ein Tunnel, weil da sind Maschinen und so drin. Und eine Höhle ist einfach nur eine Höhle. Ich verstehe schon. Ja. 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 Oh, ich liebe es. Okay. Okay. Ich wusste auch nicht, dass man da fliegen kann, aber guck dir das mal an. Uuuuh. Boah. Da ist ein Slimer, da ist ein Zubat. Oh. Okay. Okay. Naja. Jetzt konzentrieren wir uns auf die anderen Boys. Ja, guck mal. Ist das ein Bithasa? Bithasa? Yes. Andere Seite war doch auch noch was jetzt. Das ist kein Bithasa. Lass dich nicht von dem Ding ablenken, Mann. Achso. Ja. Das ist kein Bithasa. Aber... Slimer meinst du? Nein, jetzt hast du den Slimer nicht gekriegt. Hey. Doch, okay. Ist kein gutes Bild, aber... Okay. Passt. Hier, guck. Ganz viele Dittos. Ist doch voll toll, ne? Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ja. Mal guck, du siehst an den Augen. Die... ...wann es mit Wand war. Aber das ist ein gutes Bild von Dittos. Du hättest wahrscheinlich mehrere auf ein Bild bekommen müssen. Ja, naja, ist das so, wie es ist. Naja, äh, was auch immer. Hier ist noch ein Slimer. Ist okay. Oh, ja, okay. Okay. Da ist ein Zublatt. Zublatt, genau. Ey! Nein! Hör auf! Äh, was passiert da? Wir müssen... Es rettel... Rape? Ja, ja, genau. Oh nein. Nein, bitte nicht. Pummel-Müffi. Pummel-Müffi! Okay. Ultrigaria. Was macht das denn hier unten in der Höhle? Ich glaube, man muss es rein. Buxieren. Ach, ja, aber... Du bist nicht einsam ohne... ...ohne Licht oder so. Geh rein! Oh nein! Ultrigaria! Weißt du, irgendwie erinnert mich das... Kann das mal aufhören. ...teil an Riesen-Sau-Knapp. So, das erzählen. Okay. Okay. Oh mein Gott, ist das hässlich. So, okay, das Pummel-Müffi wird halt immer noch geärgert, dass es... Ah, da guckt ihr... Was? Was passiert denn da? Also, du hast gesagt, du magst dieses Stage, aber kannst du mir mal erklären, warum hier die Pokémon... ...dass uns alle gegenseitig so ganz unangenehme Dinge tun? Ich weiß es nicht, äh... Oh, da ist ein Ei. Aber hier ist ein Rosana. Ein Ei. Warte, was musste ich dafür nochmal machen? Es ist auf jeden Fall ein Arctos. Was da an einem Ei ist. Hey, Rosana! Okay. Du kannst es auf jeden Fall nicht bewegen. Es tut sich nicht so viel. Okay, hier muss ich noch etwas anderes ausmachen. Brass auf jeden Fall noch ein anderes Item, ja. Ja, aber ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, das ist auch die längste Stage, die es hier gibt. Wir sind noch nicht fertig. Oder? Ah, nein. Ja, da hinten ist das... Hörst du das? Oh nein. Das ist ja ekelhaft. Ich habe leider das andere Pumelluf nicht gerettet. Ähm, ansonsten wäre da noch ein weiteres. Aber das ist auch in Ordnung. Pumelo! Ich bin gespannt. Wahrscheinlich muss man das singende Pumelluf mit irgendwas abwerfen, um die nächste Stage reinzuschalten, oder? Ähm. Ähm, nein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es war. Ah, wir werden schon. Ah, okay. So. Da ist nichts. Okay. Haben wir ein gutes... Nein. Wir haben kein gutes Zubat-Bild, aber das ist okay. So, das ist Bisasam. Alles klar. Aber lustig, dass er es als Bisasam sieht. Oh, look. Ich nehme das hier, weil er macht schleimige Dinge. Er schleimt so vor sich her. Ja, ein kleiner Schleimer. Apropos Schleimer. Ja, das ist gut. So. So. Ah, Rape! Und ich sehe Gesichtsausdruck. Oh nein. Das Ding ist, du hast halt von Pumelluf die Bilder am Schluss, deswegen... Richtig bekippt. Das ist ein bisschen Gras. Ich finde das gut. Aber so gut, wie ich dachte, es ist die gar nicht geworden. Ja, wir haben da leider ein bisschen... So, wir müssen mal zurück. So. Hm. Das ist gut, das mag ich sehr. Ja, da pufft er nämlich gerade. Also, Ultrigarier liegt hier so rum. Zazenia. Uh, das ist nice. Ja. Hm. Das mag ich. Nee, das oder? Ja. Ja. So, Rosanna nehme ich das. Da sieht man sie wenigstens ein bisschen. Ja, und damit haben wir das erstmal. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Was gibt's Neues? Oh. So, mal gucken hier. Das war echt besser. Alright. Ja, ich sag nichts. Zazenia würde mich wundern, wenn das besser wäre. Ja. Nehmen wir das. Aber dass du dafür noch 2500 Punkte bekommen hast, das schockiert mich. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Okay, der Slimer, das war auch okay. Ja, das war okay. Er sagt wunderbar, aber das ist gar nicht wahr. Der Smogelmann. Wunderbar. Nice. Das war ein gutes. Ja, das war so... Ja, machen wir bei dem ersten Mal besser. Setzen hier. Oh, es springt heraus. Das war super nice. Hey, das ist ein gutes Bild. Das war besser als ich dachte. Was soll? Ja. Pumelhoff auf einem Podest. Auf einem Podest. Hm. Pumelhoff auf einem Podest. Oh, die Pose. Ja, das ist... Und, es ist noch ein anderes Gedraub. Das ist ein weiterer Pumelhoff auf dem. Wunderbar. Das ist richtig gut. Aber, ja. Es geht noch besser. Wir wissen es. Oh, look at die Punktzahl. Oh, da ist die Punktzahl geknackt hier. Warte. Ein weiterer Punkt? Willkommen zurück. Hast du das gerade richtig gesehen? Ne, eine weitere Art, glaube ich, müssen wir fotografieren. Ah, okay. Ich habe gerade gedacht. Ich habe jetzt leider nicht mehr genau drauf geguckt. Ja, du hast es so schnell weggedrückt. Ja. Aber, nun gut. Äh. Ja. Ja, wir brauchen 40 Atem. Wo kriegen wir noch einen... ...Pokeman her? Du meinst nicht, du hast in der Höhle was übersehen? Ganz bestimmt habe ich da was übersehen. Äh. Aber ein weiteres. Ein weiteres. Ein weiteres. Ich wüsste gerade... Ah, ich weiß, ich weiß, wo wir noch was finden können, wo wir es ganz sicher finden. Ah, ja, ja. In dem Blumenbeet, ne? Da kannst du bestimmt ein Räucherbein reinhören. Ja, gehen wir nochmal zum Strand. Alrighty. Okay. Oh, hübsch. Machen wir ein paar hübsche Fotos an den Taupsis. Ja, im Club. Oh Gott. Hey. Haha, hab ich dich hin... ...hinfallen lassen. Oh Gott. Weiß nicht, ob das ein... ...ein attraktives Bild ist. Komm, Pika. Pika, Pika. Pika. Vielleicht hättest du lieber von dem Dodo ein vernünftiges Bild machen sollen, als... Ja. Oh, Pika, schnell. ...es Picacho dahin zu locken. Naja, ist nicht gut. Naja. Oh well. Da haben wir ein bisschen Zeit gelassen. Oh, dann nochmal Lapras. Lapras. Äh, Relaxo können wir leider auch nicht mit einem Räucherbein aufwecken. Nee. Oh, aber. Oh, ne, da. Oh. Ah, okay, unerwartet. Zumindest können wir ihn... ...das ist, keine Ahnung, in einem kurzen Moment der... ...der Verwirrung lenken. Ah, ja, ja, jetzt können wir ihn runterwerfen. Und wenn wir treffen. Oh. Oh, oh nein. Was ist er denn? Wart sie? Meinst du, er kommt da hinten raus? Ach so. Okay. Well, never mind. Okay. So, hier ist was drin. Jetzt hab ich... Äh. Lapras. Aha. Hab dich noch erwischt. Nee, da ist nix drin. Doch. Doch, da, da kommt was. Komm raus, du. Ha, weird. Nein. Das war sehr weird. Ich dachte. Ja, da ist was noch, aber... Ha, komisch. Das Problem ist, dass es die eine Pokémon-Art, die uns noch fehlt. So. Ja, ah, nee, hier. Oder? Ja, das ist n' Dodo, okay. Hä? Und dann sind da die drin. Okay. Und hier auf diesem Bild sehen sie ein totes Mautzi. Es ist nicht wirklich dort, aber wir sagen, es ist dort für die Dramaturgie. Das war jetzt doch nicht neu, das hatten wir doch schon. Hä? Ja, irgendwie nicht. Vielleicht haben wir heute nicht vergessen, es abzugeben. Ich dachte, ich würde es doch noch kriegen. Aber scheinbar habe ich irgendwas verkackt. Das ist irgendwie doof. Okay, bringt es jetzt was, dass du sie aufgehalten hast? Nö. Ich kann mal wieder dancen. Vielleicht bringt das einen Vorteil, wenn wir das abgeben. Okay, jetzt haben wir das eigentlich völlig umsonst gemacht. Ja, wir haben ja ein neues Pokémon jetzt dazubekommen. Haben wir? Wo? Ja, das, äh, das, das, äh, komische, pinke Fieder. Nee, das hatten wir schon vorher. Ja, aber das wurde vom Spiel als neu gekennzeichnet. Das ist ja das, was mich wundert. Vielleicht haben wir beim letzten Mal nicht das Foto davon abgegeben. Echt? Das ist, wenn wir, würde mich wundern. Wir werden sehen. Oh, oh Gott. Oh, der Fuß. Ich weiß nicht, also ich. Der Fie-Pick. Ich glaube, ich würde das nehmen. Einfach wegen LOL. Yeah. Äh, ühü. Nee, ich nehme das hier. Das ist mittig, äh, ist halt drauf und. Das ist alles scheiße. Aber da ist ein Boden. ich bin nicht zufrieden ich bin einfach ach relaxo stimmt wir haben doch relax relaxo ist ja auch neu das ist das ist siehst du es gilt als neu da echt warum ich weiß es nicht vergessen das auszuwählen ich weiß es mag sein das ist aber echt gut aber es zählt als neu hauptsache was neues ja ja immerhin so dann gucken wir mal ja das war gut das war tausend die pose findet er ganz besonders gut das ist verletzt am boden das finde ich toll ist das ja jeder fragt es nicht es ist so wie es ist hier lässt mich manchmal kopf schütteln zurück ja mich auch ja das ist wahr wir waren wirklich besser als vorher wir haben es echt nicht abgegeben was ist das ist abfall das bild steht auf den chanera booty ich habe das kangama auch nicht abgegeben letztes mal scheinbar nein war was ich hätte schwören können eine menge bilder übersprungen oder so gehst du auch immer in so einer komischen reihenfolge durch aber machst du dich einfach von oben nach unten ja weil wenn ich wenn ich ein bild aussuche dann kann ich also ein pokémon dann kann ich ja alle bilder durchgehen und manche sind halt ganz vorne und manche sind halt ganz hinten dann muss ich halt da durchgehen und so also ja ok deswegen setzt du ja ok das erklärt einiges wie ist dieses nicht nein reden wir nicht drüber ist es ist crap wir wissen dass es crap ist aber professor eich ist absoluter experte ich kenne mich richtig gut aus willkommen zurück mach weiter so und bringen wir weiter spiele die immer schlechter werden nicht immer als besser bezeichnet danke professor eich ich verstehe deinen fotogeschmack nicht ich weiß dass du chanera ass richtig geil findest aber ich trage auch gerade keine hose das glaube ich dir vielen dank fürs zu sehen bis zum nächsten mal